Am 1. Juli 2015 wird ein Unternehmer als Ehrengast im Hamburger Rathaus umfangen. Der Anlass? Seine Firma feiert 125-jähriges Jubiläum. Begrüßt vom ersten Bürgermeister der Hansestadt, dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz, darf der Unternehmer sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Es ist eine der höchsten Ehrungen, die Hamburg vergeben kann. Der Ehrengast ist kein geringerer als Multimilliardär Klaus Michael Kühne. Seit kurzem gilt er als reichster Deutscher. Anfang 2024 nämlich hat er den Lidl-Patriarchen Dieter Schwarz vom Thron gestoßen. Forbes schätzt Kühnes Vermögen auf rund 36,4 Milliarden Euro. Er gehört damit zu den 40 reichsten Menschen der Welt. Der Reichtum des 86-jährigen Patriarchen stammt vor allem aus seinem Familienunternehmen Kühne und Nagel. Das hat der gebürtige Hamburger zu dem gemacht, was es heute ist. Einem der umsatzstärksten Logistikkonzerne Europas mit rund 81.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Kühne gibt sich gerne als Mäzen. Klassische Musik sponsert er besonders gern. Den Bau der Hamburger Elbphilharmonie unterstützte er mit Millionen. Bis zu 300 Millionen würde er für ein weiteres Opernhaus geben. Das dazu passende Luxushotel Fontenay hat er selbst gebaut. Kritiker der Linken bezeichnen ihn als Oligarchen von Hamburg. Doch zur Geschichte seines Vorzeigeunternehmens Kühne und Nagel gehört auch ein düsteres Kapitel. Eine Vergangenheit, die das Unternehmen lange verschwieg und dies bis heute nicht umfassend aufgearbeitet hat. Als Kühne sich 2015 in das Goldene Buch einträgt, liegen unangenehme Monate hinter ihm. Pünktlich zum 125. Jubiläum des Unternehmens grub unter anderem die Taz historische Dokumente aus. Und diese zeigten, wie tief das Unternehmen in die NS-Verbrechen verstrickt war. Wir schauen uns in diesem Video einmal an, wo Klaus Michael Kühne und sein Logistik-Imperium heute stehen. Warum Kühne und Nagel zwischen 1937 und 1945 mehrfach als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet wurde. Wie das Unternehmen von der Enteignung und Deportation von Jüdinnen und Juden profitierte. Und wie es bei der Aufarbeitung versagte. Wir sind übrigens Scoops, ein Team aus drei Journalisten. Und wir erzielen euch hier auf dem Kanal jede Woche eine neue Geschichte aus der Businesswelt. Falls ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Am besten auch mit Glocke. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst gerne auch ein Like da. Also dann, wir gehen rein. Kühne und Nagel, das ist einer von jenen deutschen Großkonzernen, die die meisten Menschen überhaupt nicht kennen. Auch weil es eben ein Logistik-Konzern ist. Und der arbeitet für viele Menschen eher hinter den Kulissen. Einfach gesagt transportiert die Spedition Waren von A nach B. Mal mit dem Flugzeug, aber hauptsächlich per Frachter auf den Weltmeeren. Um sich die Größe des Imperiums einmal bewusst zu machen, hier ein paar Zahlen. Kühne und Nagel gehört regelmäßig zu den Top Ten der größten Transportunternehmen der Welt. Kurz hinter beispielsweise DHL oder FedEx. Bei Luft- und Seefracht, da landet die Spedition sogar regelmäßig auf Platz 1. Sie beschäftigt rund 81.000 Mitarbeiter in 100 Ländern. Marktkapitalisierung etwa 30 Milliarden Euro. Und Klaus Michael Kühne, dem gehören über seine Holding rund 53 Prozent des Unternehmens. Dabei hat Kühne es aber nicht belassen, sondern sich über die Jahre noch in weitere Unternehmen eingekauft. Und das hat seinem Vermögen nicht gerade geschadet. Zusammen mit der Stadt Hamburg rettete er beispielsweise die deutsche Reederei Habak-Leut, an der er nun 30 Prozent hält. Und größter Einzelinvestor, das ist er auch bei der deutschen Traditionslinie Lufthansa. An der hält er ganze 17,5 Prozent. Seit 2023 gehören ihm außerdem noch 10 Prozent des DAX-Konzerns Brenntag. Der ist immerhin Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien. Kühnes Lebensgeschichte, die liest sich wie die eines Ausnahmeunternehmers. Er wird 1937 in Hamburg geboren, absolviert nach dem Abi erstmal eine zweijährige Bankenlehre und steigt dann direkt ins Familienunternehmen ein. Die Kühne und Nagel AG. Gegründet hatte die sein eigener Großvater, August Kühne, zusammen mit seinem Geschäftspartner Friedrich Gottlieb Nagel. Enkel Klaus Michael Kühne, der legte im Unternehmen nun eine steile Karriere hin. Nach nur fünf sogenannten Leer- und Wanderjahren in der Firma, in denen er alle fünf Kontinente bereiste, wurde er bereits gesellschaftlich. 1966, mit nur 29 Jahren, wird Kühne dann Vorstandsvorsitzender von Kühne und Nagel. Jahresumsatz damals zwischen 300 und 400 Millionen D-Mark. So sagte er es damals nach seinem Antritt der Zeit. Das wären heute inflationsbereinigt zwischen 700 und 900 Millionen Euro. Das Unternehmen ist schon damals die größte private Spedition der Bundesrepublik. Hinter dem Vorgänger, der heutigen DB Schenker. Nur wenige Jahre später, 1969, wird der Firmensitz von Kühne und Nagel an den Zürichsee in die Schweiz verlegt. Und das wohl nicht nur wegen der schönen Aussicht. Denn im selben Jahr wird in Deutschland das Mitbestimmungsgesetz eingeführt. Das regelt, wie Arbeitnehmer im Aufsichtsrat eines Unternehmens vertreten sind. Und außerdem ist Klaus Michael Kühne auch kein allzu großer Fan von Steuern. Kritiker sagen, das Geld sei besser in der Steuerkasse aufgehoben. Es sei besser, wenn der Staat, die demokratischen Institutionen entscheiden darüber, wie Geld verteilt wird als einzelne Personen. Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich nicht meine Welt. Das sehe ich natürlich absolut nicht so, weil ja auch bekannt ist, dass der Staat nicht richtig wirtschaften kann. Wohl auch deshalb verlegte Kühne 1975 auch seinen Wohnsitz in die Schweiz. Bei seinen Besuchen in Hamburg nächtigte er heute in seinem eigenen Luxushotel Fontenelle, direkt an der Alster. Kühne stellt schon früh die Weichen für sein heutiges Milliardenvermögen. Er baut für das Unternehmen schon in den 60ern internationale Stützpunkte auf. Und bringt sie 1994 an die Börse, bevor er nur vier Jahre später als Geschäftsführer ausscheidet. Doch der Großteil seines Vermögens, der ist erst in den vergangenen 20 Jahren dazugekommen. 2016 schätzt Forbes den Unternehmer noch auf 9,2 Milliarden Euro. Dann bricht die Pandemie aus und davon profitiert Kühne und Nagel so richtig. Der Umsatz von Logistikkonzernen steigt rasant. Wir alle saßen schließlich zu Hause und haben viel mehr bestellt als sonst. Heute haben Kühne und seine Stiftung als Mäzenen und Förderer vor allem in Hamburg und auf Mallorca ihre Finger im Spiel. Elbphilharmonie, Logistik-Uni, Luxushotel an der Alster, HSV, Literaturfestival, Philharmonisches Orchester, Salzburger Festspiele, Schlosshotel auf Mallorca, Konzerthaus auf Mallorca. Überall sind Kühne und seine Stiftung Großspender, Hauptförderer oder Eigner. Gewissermaßen auch ein Ausgleich für die vermiedenen Steuern, wie Kühne selbst sagt. Großzügig sein und viel darüber sprechen, das scheint sein Motto zu sein. Ein starker Gegensatz zu einem anderen Thema, über das er lieber schweigt. Kehren wir mal zurück ins Jahr 2015. Wir erinnern uns, da war ja das 125-jährige Jubiläum der Firma. Und zu diesem Jubiläum, da stellte Kühne und Nagel auf dem Bremer Marktplatz auf Infocontainern die Geschichte seines Unternehmens vor. Und da wurden einige Journalisten plötzlich hellhörig. Denn das Unternehmen, das präsentierte zwar die Geschichte von seiner Gründung bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, die Zeit zwischen 1933 und 1945, die fehlte allerdings. Mal zur Einordnung, Kühne und Nagel ist damit natürlich nicht allein. Viele deutsche Unternehmen setzten zur Zeit des Nationalsozialismus beispielsweise Zwangsarbeiter ein oder profitierten auf andere Weise von den Verbrechen des NS-Regimes. Auf den Unternehmenswebsites, da wird es dann meist nicht an die große Glocke gehängt, beziehungsweise findet sich dann einfach eine Lücke in der Chronik. In den 1980er Jahren allerdings, da entschieden sich mehrere große Unternehmen zu einem wichtigen Schritt. Ob Daimler, Bayer, Volkswagen, Krupp oder die Deutsche Bank, sie alle gewährten Historikerinnen und Historikern Zugang zu ihren Firmenarchiven. Dort sollten sie erforschen, wie die Unternehmen zwischen 1933 und 1945 vom NS-Regime profitierten. Das Unternehmen Kühne und Nagel handhabte das etwas anders. Nämlich zunächst gar nicht. Sie arbeiteten die Zeit zunächst nicht auf und verwehrten Historikerinnen und Historikern sogar den Zugang zu ihren Archiven. Die Begründung? Im Bombenkrieg seien die Firmenzentrale in Bremen und wichtige Hamburger Niederlassungen abgebrannt. Und dabei sei auch das Schriftgut vernichtet worden. Als zum Jubiläum die glorreiche Firmengeschichte angepriesen wird. Da bohrt der Touchjournalist Henning Blail mal genauer nach. Er fragt bei dem Milliardenkonzern an, warum denn auf den Infokontainern, die auf dem Marktplatz stehen, die Informationen aus der Nazizeit fehlen würden. Das Unternehmen antwortet, es hat keine Relevanz für die Firmengeschichte. Blail, der sieht das anders und recherchiert weiter. Die Taz veröffentlicht die Recherche. Und es folgen eine ganze Reihe weiterer Medienberichte. Sie alle stellen die Mittäterschaft von Kühne und Nagel bei der sogenannten M-Aktion der Nationalsozialisten heraus. Das M in diesem kryptischen Operationstitel steht für Möbel. Möbel von Jüdinnen oder Juden aus den besetzten Gebieten wie etwa Frankreich oder den Benelux-Staat. Menschen, die es entweder schafften, vor den Nationalsozialisten zu fliehen oder aber die in Konzentrationslager deportiert wurden. Deren Möbel wurden nach Deutschland gebracht und dort verkauft. Das Geld wurde unter anderem für die Finanzierung des Krieges genutzt. Oder aber, um deutsche NS-Behörden in Osteuropa auszustatten. Insgesamt hatte die NS-Dienststelle bis August 1944 mehr als eine Million Kubikmeter Möbel abtransportieren lassen. 65.000 Wohnungen waren betroffen. Allein in Paris sollen es 40.000 gewesen sein. Es gab also massenhaft geraubte Möbel und Einrichtungsgegenstände, die nun irgendwie nach Deutschland transportiert werden mussten. Und wie kamen sie hierher? Richtig. Vor allem mit Frachtschiffen von Kühne und Nagel. Das bestätigten Zeitzeugen und historische Dokumente. Mehrfach erhielt das Unternehmen deshalb zwischen 1937 und 1945 auch die Auszeichnung als NS-Musterbetrieb. Kurz gesagt, die Spedition war Handlanger der Nazis. Und mehr noch, Kühne und Nagel hatte nicht nur Teil an den Raubzügen, sondern sie verdiente an der Verfolgung der europäischen Juden mit. Und zwar mehr als jedes andere Logistikunternehmen zu dieser Zeit. So sagen Historiker, dass Kühne und Nagel sich nicht nur gegen andere Mitbewerber durchgesetzt, sondern quasi ein Monopol auf die lukrativen Staatsaufträge erhalten habe. Die Spedition transportierte die Möbel also geradezu im Alleingang ab. Unterlagen aus den Archiven, die beweisen, dass das Einkommen von Alfred Kühne, dem Vater des heutigen Milliardärs Klaus Michael Kühne, in den Kriegsjahren nahezu in den Himmel schoss. 1942 erzielte er einen Spitzenverdienst von 270.000 Reichsmark. Heute wäre er damit Einkommensmillionär. Und apropos Alfred. Er und sein Bruder Werner traten 1933 in die NSDAP ein. Die Brüder seien große Nazis gewesen, heißt es in den Entnazifizierungsakt. Besonders brisant, eigentlich gab es da noch einen dritten Miteigentümer, Adolf Maas. Er schied kurz vor dem Parteieintritt der beiden jedoch aus dem Unternehmen aus. In freundschaftlicher Abstimmung, wie es in den Erinnerungen Alfred Kühne hieß. In Wahrheit wurde er aus dem Unternehmen gedrängt. Denn Maas war Jude. 1910 stieg der Jurist als Manager der Hamburger Niederlassung ein. Er war zeitweise mit 45 Prozent der größte Teilhaber von Kühne und Nagel. Zunächst musste er seinen Anteil reduzieren, später dann den Vertrag unterschreiben, der ihm aus den Unternehmen drängte. Maas wurde später nach Auschwitz deportiert und dort höchstwahrscheinlich ermordet. Erinnern wir uns mal, auf Anfrage beim 125-jährigen Jubiläum hatte die Zeit zwischen 1933 und 1945 für Kühne und Nagel keine Relevanz für die Firmengeschichte. Nachdem allerdings auch mehrere andere Medien berichtet hatten, musste der Konzern ein wenig zurückrudern und veröffentlichte eine Pressemitteilung. Hier räumte das Unternehmen erstmals ein, in die Kriegswirtschaft eingebunden gewesen zu sein. Es habe Versorgungslieferungen für die deutsche Armee durchgeführt. Weiter seien sie, Zitat, mit den Transporten von beschlagnahmten Gütern politisch und rassisch Verfolgter befasst gewesen. Besagte Güter waren vor allem Möbel. Und rassisch Verfolgte, das waren vor allem europäische Juden, die ins Exil flüchteten oder in Konzentrationslager deportiert wurden. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es auch, dass man die schändlichen Vorkommnisse der damaligen Zeit bedauere. Die Tätigkeit sei zum Teil im Auftrag des Naziregimes während der Zeit des Dritten Reichs erfolgt, um die Existenz des Unternehmens zu sichern. Kühne und Nagel ist sich der schändlichen Vorkommnisse während der Zeit des Dritten Reichs bewusst und bedauert sehr, dass es seine Tätigkeit zum Teil im Auftrag des Naziregimes ausgeübt hat. Zu berücksichtigen sind die seinerzeitigen Verhältnisse in der Diktatur sowie die Tatsache, dass Kühne und Nagel die Kriegswirren unter Aufbietung aller seiner Kräfte überstanden und die Existenz des Unternehmens gesichert hat. Wenn Kühne und Nagel seine Rolle in der NS-Zeit auch zugab, so richtig aufgearbeitet, haben sie das Ganze bis heute nicht. Ende 2019 feierte das Unternehmen Richtfest für seinen neuen Bremer Standort. Es kam zu Protesten, unter anderem wegen der Vergangenheit des Unternehmens und auch, weil ein Mahnmal nicht wie geplant vor dem neuen Unternehmen aufgestellt werden durfte. Und Klaus Michael Kühne, der zeigte für die ganze Aufregung eher weniger Verständnis. Das Unternehmen sei damals Dienstleister und nicht aktiv handelnder gewesen. Das war der Zwang des Krieges. Natürlich war das nicht schön und natürlich ist das auch zu verurteilen, dass es solche Dinge überhaupt gab. Aber wir waren damals Dienstleister, mussten praktisch so etwas machen und es war nicht zu vermeiden. Und dazu bekennen wir uns auch und dafür entschuldigen wir uns auch sozusagen. Das haben wir öfter mal getan. Also warum es immer wieder hochgekocht wird, dafür habe ich kein Verständnis. Als die Zeit 2021 noch einmal nachfragte, ob es nicht sinnvoll sei, die Vergangenheit des Unternehmens systematisch untersuchen zu lassen, da antwortete Kühne, das ist nicht notwendig, denn mehr als das, was allgemein bekannt ist, wissen wir nicht. Auch wir von Scoops haben nun im Jahr 2024 noch einmal nachgefragt, ob eine Aufarbeitung der Vergangenheit des Unternehmens geplant ist. Und das bekamen wir als Antwort. Zusammenfassend lässt sich also sagen, der Logistik-Krise Kühne und Nagel profitierte also von der Zusammenarbeit mit den Nazis. Mehr noch, das Unternehmen spielte eine Schlüsselrolle bei der systematischen Ausplünderung der Jüdinnen und Juden in den besetzten Nachbarstaben. Bis ein Journalist 2015 mal genauer nachfragte. Echte Aufarbeitung, die sieht jedenfalls anders aus. Und die Einsicht, dass Aufarbeitung überhaupt nötig ist, ehrlich gesagt auch. Wenn man sich anschaut, wie viel Geld allein Kühne für Kulturprojekte spendet, muss man auch sagen, Geld für eine solche Aufarbeitung dürfte in jedem Fall da sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr vom Umgang des Unternehmens mit seiner Vergangenheit haltet. Und wenn ihr das Video interessant fandet, freuen wir uns natürlich über ein Abo und ein Like. Hier geht es außerdem zum letzten Video, in dem wir euch exklusiv berichten, wie hunderte Anleger offenbar einem Millionenscam zum Opfer gefallen sind. Und teils in den finanziellen Ruinen getrieben wurden.